Mit einer Radtour an den Bucherstausee ist die gemeinsame Aktion der AOK Ostwürttemberg und der Epfenjagdzeitung Arner Nachrichten Gutes aus der Region zu Ende gegangen. Zahlreiche Radfahrer und Wanderer nutzten die Gelegenheit sich am AOK Mobil am Bucherstausee ausführlich zu Gesundheitsthemen zu informieren. Besonders das Angebot eines Vitaminchecks ist von den Besuchern gerne angenommen worden.